Erfurt entdeckt den Lokalheld-Innen-Bonus. Attraktive Vorteile gibt es hier, hier, hier und hier, hier, hier und hier. Hallo, mein Name ist Silva, ich bin Goldschmiedin und dies ist mein Ladengeschäft Schmuckdesign Detail in der Magdeburger Allee 78. Ich biete Goldschmiedekurse für Kinder und Erwachsene an. Ihr könnt hier eure Schmuckunikate bei mir bestellen. Außerdem findet man hier ganz viele kreative Produkte von Thüringer und Erfurter UnternehmerInnen. Unter anderem auch von Vintage Werft die Vintage Möbel. Nun zeige ich euch gerne meine Werkstatt. Hier könnt ihr kreativ werden und mit mir gemeinsam euer Wunschschmuckstück bauen. Wenn ihr das möchtet, dann werdet Lokalheldin und ihr bekommt 20% Rabatt bei der Buchung eines Goldschmiedekurses in meiner Ladenwerkstatt. Jetzt im SWE Kundenportal anmelden und einmal im Jahr Bonus sichern.